Hallo und herzlich willkommen zu Tag 6 meiner One Week With Me. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und wollte jetzt noch mal ein paar Sachen in den Wohnwagen räumen, nämlich meine Show-Outfits. Da habe ich auch schon hier die erste Sache hängen, die grüne Bluse, die ich unter meine neue Weste ziehe und dann habe ich die neue Weste hier hängen, wie ich noch die Kleider vom Bote-Shooting hänge. Ja, und das war dann die Weste. Das hat ja funktioniert. Hier ist das gute Stück. So, die anderen Sachen habe ich noch oben in dem anderen Kleiderschrank. Und die hole ich jetzt mal So, da sind die guten Schätze. Noch mal eine neue Weste. Ich glaube, die werde ich in der Pleasure anziehen. Die passt eine Bluse dazu. Dann hier noch eine. Das Weste. Die ist schwarz mit so Silber- und Goldglitzer. Die hatte ich jetzt mal über dieser grauen Bluse an. Das fand ich ganz schön. Dann mein blaues Outfit, das ich schon richtig lang habe, das ich immer für die Horsemanship anhabe, weil ich jetzt nicht so die Figur habe für so ein Horsemanship-Shirt, was so in die Hose reingeht, finde ich. Dann hier noch eine Jacke. Die habe ich früher ganz gerne getragen. Vielleicht was für die Lisa. Meine Pleasure-Jacke. Wobei, die werde ich wahrscheinlich... Ja, ich muss mal gucken, was ich wo trage, weil die wollte ich eigentlich in der Pleasure tragen. Mal schauen. Dann noch ein ganz altes Outfit von mir, wo auch ein paar Steine schon ab sind. Aber auf die Entfernung sieht man das nicht so. Die Farbe sieht halt richtig geil aus auf dem Foxy. Da habe ich auch noch ein passendes Blanket zu. Vielleicht wäre das was für die Lisa, für die Pleasure mit Foxy. Und dann noch zwei Karo-Blusen für die Range-Ridings von der Lisa. Ja, und wenn es ganz heiß ist, überlege ich, ob ich die sonst vielleicht auch im Trail anziehe. So, damit wäre schon noch ein neuer Teil im Boden waren gepackt. Morgen fahren wir noch Lebensmittel einkaufen. Die kommen dann hier in den Kühlschrank. Und ja, jetzt geht es gleich noch in den Stall. Erstmal misten. Und dann, wenn es ein bisschen abgekühlt hat, auch noch mal reiten. Einfach nur locker. Ein bisschen Übergänge, Wolken, Gymnastizieren, paar Hausmanship-Manöver. Ja, aber alles ganz entspannt, weil was das Pferd bis jetzt nicht kann, lernt es jetzt auch nicht mehr in den... Bis zur Prüfung noch. Montag, die Zeit mit drei Tagen. Also alles easy peasy. Und bei dem Wetter schlaucht... Dieses Wetter schlaucht ja die Pferde auch ganz gut. Bis gleich! So, wir sind jetzt im Stall angekommen. Die Jungs sind gerade von der Wiese reingekommen. Die waren trotzdem, obwohl es so warm war, draußen selber schuld. Die können auch reingehen. Ja? Ja, hier sind wir wieder etwas vollgefressen. Und wieder gestochen worden. So, dann musst du in den Stall gehen. Ja, dann stechen dich die Viecher auch nicht. Nee. So, dann sagen wir nach dem Wetter. Hallo? Hast du schon gemistet? Boah. Achso, okay. Fock sie. Dann müssen wir heute gar nicht mehr missen. Hallo, Bia. Hallo. So, ich werde jetzt noch mal ein bisschen grob Sachen sortieren. Und dann mal gucken und warten, dass es was kühler wird. Ich werde mich jetzt mal daran machen. Oh, überbelichtet. Daran machen, die Schweif-Dopee sauber zu machen. Die hängen hier. Das werde ich jetzt mal nass machen und einschäumen. Johnny beobachtet das alles. Kontrolliert, ob es richtig gemacht wird. Das ist nämlich der Waschexperte. Bleibst du da stehen, Kamera? Oh ja, du fällst runter. Oh ja, du fällst runter. Wie das hat ein Neel fährt. Diese Kuh fällt da. Wie ist das ein Neel fährt? Wie ist das Neel fährt? Wie ist das Neel fährt? Der kann ja nicht bestehen, der kann ja auch weggehen, ne? Die Flanschen? Ich kann ja mal in die Kinder Flanschbecken kaufen. Ja, ich kann doch mal hier weitermachen. Guck mal, wie die aufstehen. Warte. Mit dem Bisschenklauge. So, ich habe jetzt die Schweif-Toupets mit der tatkräftigen Hilfe vom Johnny gewaschen. Ich hänge die jetzt gleich nochmal da hinten hin in die Sonne, damit der Johnny da nicht die ganze Zeit drangeht. Und dann, wenn die getrocknet sind, kommt da Mähenspray rein. Licht. Genau, wenn die getrocknet sind, kommt da Mähenspray rein. Und dann werden die verlesen. Bürsten tue ich die eigentlich nie, weil mir da sonst zu viele Haare auskrupft werden. Und Schweif-Toupets wachsen ja nicht nach und dann werden die immer dünner. Deswegen werden die gleich eingesprüht und ganz vorsichtig verlesen. Ja. Und dann geht es weiter. Ich kann euch hier schon mal zeigen. Ich habe hier schon mal ein paar Decken zusammengepackt. Da sind Abschutzdecken drin und auch so eine leichte Decke. Vielleicht, wenn es warm ist, für den Foxy, für die Box. Wenn es richtig heiß ist, kriegt der in der Box keine Decke drauf. Ähm. Für Beton nehmen wir jetzt auch noch eine Abschutzdecke mit. Weil ein, zwei Tage soll es etwas kühler sein. Wenn es richtig kühler wird, packe ich die Regendecke von Foxy eben in die Box drauf. Damit die eben, wenn die sich in die Kacke legen sollten, nicht dreckig werden. Obwohl wir eigentlich auf dem Turnier immer ganz viel misten. Und abends auch noch relativ spät, damit die ja nicht sich in die Kacke legen müssen. Ja. Für Beton nehmen wir noch eine andere Decke mit. Die ist aber zu Hause. Ja. Ich hänge jetzt die Schweiftoupees um, wie gesagt. Und dann gucke ich mal, was ich noch so anstelle. Weil zum Reiten ist es definitiv immer noch zu warm. Wir haben jetzt, kann man gerade gucken. Wir haben jetzt 17.02 Uhr. Ja, ich denke mal so gegen 6, 7 Uhr kann man dann mal reiten. Guckt euch das mal an. Die drei stehen da alle so zusammen. Als hätten sie irgendwas vor. Wie süß sie aussehen. Wie checkt ihr da aus, ne? Vielleicht mach euch da frisches Wasser rein. Wenn man in den anderen Bottich geht, Beton, ist ganz frisches Wasser. So planschen. Jemand hat da sich richtig die Nüstern da drin gewaschen. Von den ganzen Pollenzeug. Ach, sind die süß. Mal sehen, ob wir die Lisa erschrecken können. Oh Mann, ich dachte, er erschreckt sich mehr. Das Toupet ist fertig. Verlesen. Ich flechte das jetzt ein. Dann kommt wieder den Fräser, die Lisa. Hat Beethovens Toupet verlesen. Kannst mal scharf stellen. Das wird jetzt auch angepackt. Das ist ganz wichtig bei dem Turniervorbereitungsstress. Das Chillen auf der Wiese. Es ist eh noch viel zu warm zum Reiten. Es ist eigentlich zu warm für alles. Deswegen gehen wir jetzt hier noch ein bisschen auf der Wiese rum. Und dann gucke ich mal, dass ich mir mal meinen Showgattel abhole. Aber derjenige, von dem ich mir den Ausleihe antwortet, gerade nicht. Aber wenn er sich nicht meldet, fahre ich da jetzt einfach hin. Es ist einfach noch zu warm zum Reiten. Ja, wir chillen jetzt hier. Guter Plan. Und dann wird geguckt. Oh, jetzt ist er weggegangen. Warum fliegen wir auf unserer Wiese? Ah, Pause. So, wir haben jetzt mittlerweile kurz vor acht. Und ich reib den Foxy jetzt. Heute steht nur ein bisschen locker vorwärts, abwärts. Abwärtsübergänge, Lenkung. Gucken, gymnastizieren, biegen Stellen und sowas an. Joa. Filmen ist genauso wie gestern nicht wirklich gut drin. Weil ihr seht, hier staubt es schon übelst krass. Aber wir machen das Beste draus. Wir machen heute auch wieder nur eine kurze Einheit. Viel Schritt gehen, dann mal ein bisschen was abfragen. Und dann reicht das auch für heute. Dann gehen wir morgen aufreiten. Ich habe mir gerade eben noch meinen Showsattel besorgt. Also den Showsattel, den ich mir mal ausleihe. Joa. Jetzt heißt es ein bisschen Reiten. So, das war eine sehr gute, knackig kurze, ich glaube eine halbe Stunde. Plus zehn Minuten Schritt reiten mit dem Trainingseinhalt. Sehr staubig. Deswegen haben wir auch nur so kurz was gemacht. Einmal alles abgefragt. Einmal alles gelockert und durchbewegt. Jetzt mache ich den Jungs was zu essen. Mist nochmal durch. Und dann geht es nach Hause. Morgen wird ein langer Tag. Mit viel Kramen, Einräumen, Packen und so weiter. Deswegen freue ich mich gleich auf Zuhause. Ich mache jetzt wie gesagt das Futter und melde mich aber gleich nochmal bei euch. So, der Beethoven ist jetzt auch gerade vom Platz gekommen und fertig. Der war auch echt gut. Der Beethoven. Und der hat trotz des Megastaubs nicht gehustet. Sehr gut. Ich bin dazu. Ich bin daer Anstieg. Vielen Dank.